Sehr gut, genau. Also Risikomanagement-Call geht einfach darum, dass man risikoärmer traden kann. Es gibt sehr, sehr viele Leute, die hier neu sind. Klar, das ist auch perfekt, dass die heute am Start sind. Es gibt oft, sehr oft die Fehler und die Probleme, die ich jetzt gesehen habe, sind einfach in dem Sinne, dass das Risikomanagement einfach so gut wie nicht beachtet wird. Also, dass die Lot-Sizen mit den Lot-Sizen gespielt wird, wenn die Signale zum Beispiel von Karin kommen. Oder wenn man denkt, okay, ich habe jetzt gerade einen guten Lauf, dann erhöhe ich meine Lot-Size und solche Sachen. Sowas darf man natürlich nie machen. Ich habe euch jetzt mal ganz kurz einfach meinen Bildschirm teilen und zeige euch mal ganz kurz die Themen, die wir ansprechen werden. Es wird zuerst einfach mal darum gehen, was ist überhaupt die Lot-Size, für was ist die da, wie funktioniert die mehr oder weniger. Ich werde ja jetzt nicht so brutal ins Detail reingehen, weil es auch für viele noch am Anfang zu viel ist, sondern einfach mal so oberflächlich ankratzen, was die Lot-Size überhaupt ist, was die kann, für was ist und warum die so wichtig ist. Dann natürlich auch, warum sollte man immer mit der gleichen Lot-Size traden? Habe ich ja gerade schon ein bisschen angesprochen, das ist ein Riesenproblem, wenn man die Lot-Sizen verändert. Dann eben den Stop-Loss-Nachziehen, auch eine ganz, ganz wichtige Sache, um risikofreier zu traden. Okay, also komplett risikofrei traden geht nicht, aber man kann sehr, sehr viel machen, um natürlich viel, viel besser und viel, viel mehr Profite rauszuholen, besser auf den Markt zu agieren. Mehrere Trades auf ein Währungspaar setzen. Ich habe öfters gesehen, dass das Risikomanagement nicht beachtet wird, wenn mehrere Positionen auf ein Währungspaar öffnet werden. Dazu werde ich auch noch ganz kurz kommen und ein paar Beispiele geben und dann einfach noch was Updates verfolgen angeht. Und am Ende würde ich vielleicht noch zwei, drei Minuten einfach mal den Chat offen lassen, dass die Leute einfach reinschreiben, falls es noch spezifische Fragen gibt. Wir können natürlich nicht alle Fragen abdecken und im Anschließenden werde ich dann noch einen weiteren Call haben mit Armin, seinem Team speziell, weil er hat das Ganze angefragt, dass wir da einfach nochmal die Fragen so klären. Wenn ihr natürlich Fragen habt, dann einfach direkt an mich, direkt an die TPR, direkt an eure Upline, an die Trading-Gruppe. Dafür haben wir extra einen Telegram, wo ihr euch da einfach melden könnt. So, also wie gesagt, erstmal, was ist die Lot-Size überhaupt? Wichtig ist, dass ihr versteht, die Lot-Size ist im Grunde genommen euer Risiko. Okay, also es ist euer Risiko und wenn ihr die Lot-Size verändert, dann verändert sich auch euer Risiko. Okay, ganz, ganz einfach. Die Lot-Size ist das, was ihr beim Meta-Trading ganz oben einstellt. Das steht meistens zum Beispiel bei 0,01. Okay, das steht unter Marktausführung, da habt ihr die Lot-Size und es gibt zum Beispiel 0,01 Lot, es gibt 0,01 Lot und es gibt 1 Lot. Das nennt man auch ein Standard-Lot. So, diese Lot-Size besagt jetzt, wie viel, also sozusagen mit wie viel Kapital ihr von eurem Konto, also mit wie viel Prozent geht ihr in einen Trade rein. Okay, also wenn ihr zum Beispiel die Lot-Size zum Beispiel auf einen Standard-Lot habt, okay, und ihr habt ein 100.000-Konto, also ein 100.000-Konto, okay. Also nehmt mal an, ihr habt 100.000 Eigenkapital auf dem Konto, geht mit einem Standard-Lot rein, das heißt, ihr seid jetzt mit 100.000 drin, also mit eurem kompletten Konto. Bedeutet einfach so, wie viel, ihr habt euer komplettes Risiko auf einen Trade gesetzt. Und da gibt es ein gutes Sprichwort, beziehungsweise ein gutes Zitat, ich weiß nicht, ob das von Robert Kiyosaki, das kam von Warren Buffett, genau, leg niemals deine Eier in einen Korb, beziehungsweise leg niemals alle deine Eier in einen Korb, sondern verteil sie. Oder noch ein guter Spruch, teste die Tiefe einer Pfütze niemals mit beiden Füßen, sondern nur mit einem, beziehungsweise beiden, sorry. Also, dass ihr versteht, was ich meine. Es geht einfach darum, beim Risikomanagement, es geht immer darum, im Leben sich zu diversifizieren und genauso auch nicht alles auf eine Karte zu setzen. Bei Trading, wiederhole ich gerade nochmal, fünfmal Trading hat nichts mit Zockerei zu tun, nichts mit Zockerei zu tun, okay. Weil jeder, der hier denkt, der kann schnell Profite einfahren, mal 1.000 Euro am Tag machen, was überdurchschnittlich hoch ist für sein Konto, der wird langfristig einfach keinen Erfolg haben. Der wird vielleicht heute Erfolg haben, der wird vielleicht morgen noch Erfolg haben, aber langfristig wird er einfach aus dem Markt rausgeworfen, weil es einfach so ist, das ist Fakt. Es geht einfach darum, sich langfristig, okay, und da kommen viele Leute nicht damit klar, es geht darum, sich langfristig ein Konto aufzubauen mit guter Rendite, aber langfristig. Ich habe nicht von heute auf morgen 2.000, 3.000 gemacht, weil das ist Zockerei, da könnt ihr genauso im Automat, es hat nichts mit Trading zu tun, es hat nichts mit TPR zu tun, es hat nichts mit iMarketServe zu tun und mit dem eigentlichen Trading dahinter. Andere Sache, die ich ansprechen will, Trading, sagt Karim auch immer, hat 80%, so 80% was mit Psychologie zu tun und 20% eure Fähigkeit, die ihr zum Beispiel über diese Academy erlernt oder durch die Experten oder durch IML TV. 80% dahinter ist die Psychologie, deswegen versagen auch so verdammt viele Menschen auf dem Markt, weil sie keine Disziplin haben, weil sie gierig werden. Und ihr kennt es sicher alle, ich habe den Fehler natürlich auch schon gemacht, jeder von uns hat den Fehler gemacht, er hat geile Signale von Karim bekommen und dann fängt man an, die Lotzeis hochzuschrauben. So, und dann hat auf einmal Karim keine gute Trades gerade oder dreimal hintereinander in Stop-Loss gerast und auf einmal ist euer Konto leer. So, und jetzt fangen die Leute an, oh, Karim kann nicht traden, das funktioniert nicht, das ist kompletter Bullshit. Nein, das lag an eurem Risikomanagement. Und wenn eure Leute in der Downline oder ihr zur Zeit oder in den letzten Wochen kein Geld gemacht habt, kein Plus gemacht habt, dann macht ihr einen Fehler. Und zu 100%, meistens, okay, sagen wir 90%, ich will nicht übertreiben, zu 90% liegt es an eurer Lotzeis, dass ihr die nicht einhaltet. Okay, also wie gesagt, nochmal zusammenfassend, die Lotzeis besagt euer Risiko. Ich habe euch da mal ein Beispiel, ich muss gerade mal hier aufmachen. Wo haben wir das? Gerade gedownloadet, das habe ich aus einer Gruppe bekommen, okay, aus einer Revolutionsgruppe, von einem, der sich mehr oder weniger beschwert hat, dass es halt nicht so läuft bei ihm, dass er keine Profite macht. So, jetzt schaut da bitte einfach mal drauf und sagt mir, was falsch ist. Lasst euch mal ganz kurz, währenddessen trinke ich mal einen Schluck Wasser, schaut euch das Ganze einfach mal an. Und überlegt mir für euch, was läuft da schief. Also für die, die es jetzt nicht erkannt haben, es geht um die Lotzeis, und zwar das, was hinter dem Währungspaar steht. Es steht ja zum Beispiel ganz oben, wenn wir ganz oben die Lotzeis betrachten, dann sieht man ja, da steht USDJPY, Sell 0,05. So 0,05 ist jetzt die Lotzeis, okay. Das heißt, er ist jetzt mit 0,05 mit seiner Lotzeis in den Trade sozusagen reingegangen. 0,05 Lotzeis kommt jetzt darauf an, wie viel er auf dem Konto hat. Das könnten jetzt zum Beispiel 3, 4, 5, 6, 7, 8 Prozent seines Eigenkapitals sein. Wie man das nachher ausrechnet, wie man da sozusagen kommt, und ich gebe euch ein Beispiel, das machen wir gleich. Einfach mal nur sehen, einfach mal mit euch kurz diesen Trade hier durchgehen, diesen Trade-Verlauf. Also ihr seht hier USDJPY, Sell 0,05. So, der ist jetzt im Stop-Loss wahrscheinlich geraust, wie man sieht, mit minus 7,68, okay. Dann haben wir hier nochmal einen GBPJPY, nochmal mit 0,05 Lot, minus 10. Nochmal einen US-Dollar, Schweizer Franken, da hat er gemerkt, okay, krass, die letzten zwei Trades sind ins Minus gegangen, ich gehe mal mit der Lotzeis runter. Okay, aber trotzdem wieder minus 8,37. So, was er jetzt macht, okay, er geht wieder ein bisschen hoch und hat einen Sell auf Euro-Cut und hat 6,70 Euro Profit gemacht. Okay, GBP-AUD, AUD meine ich, mit 0,03, 14 Zentimeter minus und hat Euro-NZD, Sell auf 0,03 Lot mit 3,72 plus gemacht. So, was ich euch damit jetzt sagen will, ist einfach, hätte er überall das gleiche Risikomanagement benutzt. Okay, vielleicht jetzt bei der Ansicht, das ist jetzt nicht die perfekte Ansicht, beziehungsweise nicht das perfekte Fallbeispiel, aber er wäre wahrscheinlich overall zwar im Minus gewesen, weil er hat ja 1, 2, 3, 4 Trades im Minus und 2 im Plus, okay, das ist, wie gesagt, vielleicht ein böses Beispiel, ich habe gleich noch ein anderes, aber hätte er immer die gleiche Lotzeis beigehalten, okay, dann hätte er zwar Minus gemacht, aber nicht so heftig, weil ihr seht, er hat auf USDJPY 0,05 Lot gesetzt, auf GBPJPY 0,05 und Euro-Cut, der ins Plus gegangen ist, hat er nur 0,03, Euro-NZD auch nur 0,03. Ihr müsst euch jetzt überlegen, wenn er jetzt mit einem Sell auf 0,05 tradet und der geht ins Minus, dann muss er, wenn er anfängt mit 0,03 zu traden, die Lotzeis, dann muss er ja 2 Trades auf 0,03 traden, um das wieder drin zu haben, was er vorhin versaut hat in einem Trade, weil er mit der Lotzeis zu hoch war. Versteht ihr, was ich damit meine? Das ist meistens so, man fängt an mit einer hohen Lotzeis, dann merkt man, oh scheiße, läuft nicht, ich gehe mal mit der Lotzeis runter und jetzt macht ihr Plus. Ja, ihr macht Plus, aber die Lotzeis ist zu gering im Vergleich zu damals oder zuvor und somit müsst ihr mehr Gewinne einfahren. Das ist ganz einfach, ihr öffnet einen Sell, USDJPY mit 0,05 Lot. Eure eigentliche Lotzeis ist 0,01. Ihr solltet eigentlich mit 0,01 traden, okay. Ich setze jetzt einen Trade mit 0,05, weil ihr denkt, krass, das ist ein Karim-Signal, da gehe ich mit allem rein, mit einem heftigen Risikomentur mit 0,05 Lot. So, jetzt geht er aber ins Minus und geht ins Stop-Loss. Jetzt habt ihr überdurchschnittlich heftigen Verlust gemacht, okay. Jetzt fangt ihr an, okay, scheiße, das war jetzt blöd, ich gehe jetzt mit dem Risikomanagement wieder runter. So, jetzt fangt ihr wieder an, mit 0,01 Lot zu trainen. So, jetzt macht ihr Plus. Jetzt müsst ihr aber fünfmal hintereinander Plus machen meistens oder sagen wir dreimal, okay, oder mindestens dreimal, um das wieder reinzuholen, was ihr vorhin in einem Trade verloren habt. Einfach nur, weil ihr euch nicht an eure Lotzeis gehalten habt. Und so geht es die ganze Zeit. Wir fangen an zu traden, gehen immer höher, höher, höher mit der Lotzeis, dann sehen wir scheiße Minus und dann fangen wir wieder von unten an. So, und dann macht ihr wahrscheinlich Gewinne meistens. Aber die Gewinne reichen einfach nicht aus, um das wieder reinzuholen, was ihr ausgegeben habt. Deswegen ist es so verdammt wichtig, dass ihr immer die gleiche Lotzeis dabei behaltet. Weil wenn ihr einen Trade öffnet mit immer 0,03 Lotte zum Beispiel, und der geht ins Stop-Loss, dann sind es 20, 30, 40, höchstens 60 Pips, okay. Aber wenn ihr ein Take-Profit habt auf 0,03, dann sind es meistens 40, 50, 60 oder sogar 124 Pips oder sogar noch mehr, okay. Versteht ihr, was ich damit meine? Deswegen ist es so verdammt wichtig, immer die gleiche Lotzeis beizubehalten, okay. Also immer, immer, ich wiederhole es noch fünfmal, immer gleiche Lotzeis, 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 okay. Nach einem dritten Mal sollte es psychologisch gesehen so eingebrannt sein im Kopf, dass nie wieder jemand vergisst, okay. Also niemals die Lotzeis ändern, niemals. Außer ihr könnt wirklich gut traden und ihr könnt Risikomanagement mitgehen. Ihr werdet auch von Leadern sehen, ihr werdet vielleicht auch mal von mir sehen, dass ich in den Trade reingehe mit überdurchschnittlichem hohem Risikomanagement, okay. Aber ich sage auch, ich kann auch traden, okay. Ich kann mir die Sachen selber anschauen und ich kann damit besser umgehen als Anfänger oder Leute, die ihre Psychologie an sich, ihre Disziplin im Trading noch nicht richtig geschult haben. Weil bei mir kam das auch erst nach drei, vier Monaten. So, ich habe auch am Anfang verdammt viel Minus gemacht. Einfach deswegen. Wir haben einfach gezockt, gegambelt, gerade bei binären Optionen. Da gehst du halt mal mit 10 Euro rein, dann hast du 100 Euro gemacht, dann gehst du mit 50 Euro rein, zweimal weg, dann kommst du weg. Ganz einfach. Das ist halt wichtig. Also immer die Lotzeis beibehalten. Wie man jetzt die Lotzeis ausrechnet. Ich habe jetzt vielleicht noch gerade ein gutes Beispiel. Hier sehen wir vielleicht nochmal so ein Beispiel. Das ist eigentlich auch ganz gut. Irgendjemand hat sich hier freigeschalten. Das ist natürlich auch perfekt. Also ihr seht jetzt zum Beispiel hier auch wieder so ein Beispiel. GBP-CAD 0,03, 0,03, 0,03, 0,02, 0,03, 0,03, 0,03. Okay, da hat das gut durchgezogen bis auf einmal. Okay. Und dann sieht man halt wieder, hier 0,03 sind halt wieder ins Minus ein bisschen gegangen. Und hier sieht man halt einen, der ist wieder ins Plus, aber der ist halt noch mit 0,02. Dann ist es halt schwerer. Wenn die Lotzeis ändert, wieder ins Plus zu kommen, ist es schwer. Ich hoffe, das hat jetzt soweit jeder verstanden. Genau. Also, was ist die Lotzeis? Habe ich jetzt ein bisschen erklärt. Warum sollte man die Lotzeis immer beibehalten? Auch einfach aus dem Grund, dass wenn ihr die Lotzeis verändert und ins Minus geht und dann psychologisch gesehen normalerweise mit der Lotzeis runter geht, um wieder euer normales Risikomanagement einzuhalten, dann müsst ihr sehr, sehr viele Gewinne machen, um das wieder reinzuholen, was ihr am Anfang verloren habt. So. Da will ich euch mal ein ganz kleines Tool zeigen, das ist ganz, ganz wichtig, auch für die Leader hier, die Leute im Team haben, die Leute sponsern, die den Leuten auch später sagen, was für ein Risikomanagement sie benutzen sollen. Okay. Weil der Ablauf ist ja immer so, die Leute kommen rein, benutzen das Demokonto nach dem First Steps Video, so wie ich es erkläre. Und sobald sie anfangen wollen zu traden, melden sie sich immer bei der Upline. Immer. Sie müssen sich bei der Upline melden, um den Robo-Forex-Zugang zu bekommen. Das haben wir extra so gemacht, dass wir dann ein in sich kontrollierendes System haben. Und sobald er diesen Link bekommt, das ist eure Verpflichtung als Upline oder Sponsor zu verstehen und zu schauen, mit wie viel Geld fängt er an zu traden, okay, um ihm dann das Risikomanagement auszurechnen. Weil im Normalfall können das die Leute nicht, okay. Da gibt es jetzt ein ganz, ganz einfaches Tool. Und zwar switche ich mal ganz kurz hier auf Google rüber. Und zwar heißt es einfach MyFXBook, okay. Also ihr gebt einfach ein, Google MyFXBook, okay. Mein ForexBook, okay. Und dann geht ihr hier einfach drauf auf das Erste. Kurz warten, bis es lädt. Genau, dann sieht das Ganze so aus. Dann drückt ihr einfach auf Continue to MyFXBook. Geht ganz links oben auf Forex Calculators, okay. Einfach draufklicken. Und dann wählt ihr hier unten, hier gibt es verschiedene Calculator für verschiedene Sachen, aber das erste und noch unten wichtig. Was ihr auf jeden Fall macht, ist Position Size Calculator. Ganz unten, okay. Position Size Calculator, klickt dort drauf. So, und der rechnet euch jetzt die Lot Size aus. Ganz, ganz einfach. Der rechnet euch aus, wie viel, also ihr gebt an, wie viel Kapital ihr habt, mit welchem Risiko ihr traden wollt. Und gebt euch dann die Lot Size. So, das Wichtige ist natürlich, erstmal hier oben Euro anzugeben. Die meisten traden von uns ja mit einem Euro-Konto. So, und dann sagt ihr jetzt zum Beispiel Account Size. Ganz einfach, wie viel Eigenkapital ist auf diesem Konto denn drauf. Dann fragt ihr eure Downline, den gesponserten. Wie viel Geld hast du drauf gemacht? Wir machen einfach mal ein durchschnittliches Beispiel, was oft vorkommt. 500 Euro. So, der hat jetzt 500 Euro auf seinem Konto eingezahlt. So, jetzt kommen wir noch zu einer wichtigen Sache und zwar das Risikomanagement an sich. Was ist denn ein gesundes Risikomanagement? Mit wie viel Prozent seines Eigenkapitals sollte man in den Trade gehen? Und dieses Risikomanagement ist zwischen einem und drei Prozent maximal. Vier oder fünf Prozent maximal. Aber das ist wirklich schon maximal. Okay, also zwischen ein und drei Prozent sind das, was die Experten vorschlagen beim Trading. Okay, ich bin selber auch ein bisschen risikoreicher. Also ich habe immer so zwischen drei, vier Prozent. Aber ich empfehle euch von Anfang auf jeden Fall die ein bis drei Prozent. Auf jeden Fall. Okay, und dann gebt ihr jetzt einfach mal, wir machen die gesunde Mitte, zwei Prozent ein. Okay, Stop Loss. Jetzt müsst ihr den Stop Loss angeben. Sonst braucht das System für die Berechnung eurer Lot Size. Und Stop Loss ist durchschnittlich. Der durchschnittliche Stop Loss liegt bei 40, 50, 60 Pips. Kommt immer drauf an. Swing Trade, 60 Pips. Daily Trading, 35 bis 40, 50 Pips. Und normalerweise sind es so 30. Also ich werde 40 machen. Ich werde hier gerade mal wieder jemanden stumm schalten. Ja, aber verbrannt. Genau. Verbrannt, ja, verbrennt tut ihr euch auch, wenn ihr kein Risikomanagement benutzt. Also Stop Loss, 40 Pips. Okay, durchschnittlich. Ihr nehmt die durchschnittliche Anzahl wieder, 40 Pips. Und dann drückt ihr einfach hier unten auf Calculate. Okay. Natürlich müsst ihr auch immer das Währungspaar hier angeben. Jetzt nehmen wir mal das meistgehandelste, Euro, S-Dollar, ganz normal. Die Lot Size verändert sich nämlich immer nach Währungspaar. Also ihr müsst das Währungspaar natürlich auch immer angeben. Ich nehme einfach immer Euro, S-Dollar, weil das das meistgehandelste Währungspaar ist und Leitwährungssatz sozusagen oder Währung ist. Dann drücke ich einfach hier auf Calculate. So, jetzt seht ihr, klar. Von 500, 2% bei 40 Stop Loss wären 10 Euro pro Trade. Heißt, ich gehe mit einer Lot Size von 0,03 rein. Ganz einfach, 0,03. Jetzt tradet ihr einfach immer mit 0,03. Fertig, das war's. Egal welches Währungspaar, das passt. Manchmal differenziert sich das um 0,123% oder so. Das ist nicht schlimm, ins Minus, ins Plus, wenn ihr andere Währungspaar findet. Aber tradet ab jetzt, wenn ihr ein 500er-Konto habt, 2% Risikomanagement ins Durchschnitt, die Stop Loss von 40 habt. Pips, 40 Pips. Dann tradet ihr mit einer Lot Size von 0,03%. Und ganz einfach, so könnt ihr das jedes Mal machen und selber immer hier nachschauen. Ganz easy. Ihr müsst nicht mal groß was ausrechnen. Also ich hab's mir damals noch beigebracht, weil ich wusste nicht, dass es gibt, mit selber ausrechnen. Das müsst ihr irgendwie so eine komplizierte Gleichung aufstellen und dann nach X, beziehungsweise nach Lot Size auflösen und dann habt ihr die. Hier ist ganz einfach. Fertig. Einfach reingeben. So, jetzt könnt ihr natürlich das Konto auch erhöhen. 1000, dann wären das 0,06 Lot. Dann könnt ihr zum Beispiel 500, könnt hier 3% machen, was sehr risikoreich ist. Dann habt ihr 0,04 Lot. Könnt ihr mal 60 Pips machen, wenn wir am Swing Traden sind. Dann macht ihr das einfach. Und das könnt ihr für jeden Trade machen. Das machen die Trader auch. Jeder Trader macht das. Wenn ihr zum Beispiel bei Karam ein Signal bekommt, dann habt ihr den Take Profit und ihr habt den Stop Loss und ihr habt den Entry Price. Und dann könnt ihr abziehen vom Entry Price, wie viel Pips fehlt euch, beziehungsweise bei wie viel Pips liegt der Stop Loss. Gebt ihn hier ein. Durchschnittlich könnt ihr mit einem 60, sagen wir 50 Pips Stop Loss rechnen. Und dann einfach eingeben und das war's. Dann habt ihr hier immer eure Lot-Size. Und wichtig ist jetzt, dass ihr euch natürlich an diese Lot-Size haltet. Immer. Einfach dran halten. Wenn hier 0,03 steht, dann macht ihr immer 0,03. Rundet am besten immer nach unten ab. Dann mindern wir das Risiko immer noch ein bisschen. Dann tradet ihr damit durch. Und es ist essentiell wichtig, dass ihr das macht. Weil wie gesagt, das ist ein Unterschied, ob ihr zwei Monate lang 3% aufbaut oder ob ihr mal einen Tag 20% gemacht habt, am nächsten Tag minus 40, dann wieder 60%, dann wieder minus 30 und am Ende des Monats euer Konto leer ist, weil ihr mit dem Risikomanagement komplett durch die Decke gegangen seid. Das ist nicht das Ziel. Es sieht zwar geil aus, wenn Karam einen Trade macht und 11.000 auf einen Trade gemacht hat. Oder wenn Karam einen Standardglot setzt. Das ist alles cool. Und ein paar machen das aus, aber macht das nicht. Weil langfristig sind das immer Outperformer. Immer. Und das ist einfach die Sache beim Trading. Das ist ja so schön bei dem Trading. Weil beim Trading weißt du immer zu 100%, bevor du in den Trade gehst, was du maximal verlieren kannst. Was du aber nie weißt, ist, wie viel du maximal gewinnen kannst. Deswegen alles, was die Menschen da draußen labern mit das Trading und Spekulation und Risikoreich, ist eigentlich Bullshit. Auf was die anspielen, ist einfach, dass die Menschen nicht die Psychologie dahinter haben, nicht die Disziplin, einfach ihr Risikomanagement durchzuziehen. Und da haben wir einen sehr, sehr, sehr großen Faktor und das ist natürlich die Gier. Und die Gier beherrscht halt verdammt viele Menschen und ist halt sehr schwer, die zu trotzen. Deswegen schaffen es auch sehr, sehr, sehr wenige Trader. Die meisten sind Outperformer, bringen sich zwar das Trading bei, wissen, wie man tradet, aber kriegen einfach ihre Psychologie oder ihre Disziplin nicht hin. Und das ist eigentlich einfach. Ihr benutzt einfach immer 0,3 und dann schaut ihr mal nach 2, 3, 4 oder nach einem Jahr drauf, was ihr über diese Zeit gemacht habt. Und dann werdet ihr euch freuen, weil dann ist es nicht hoch, runter, hoch, runter, neues Konto, Konto leer, hoch, runter, hoch, runter, da mal 1.000, aber ihr zahlt das Geld doch so oder so nicht aus. Also es ist komplett unsinnig, sowas zu machen. Also wir haltet die Notzeits immer bei. Ihr wisst jetzt, wie man sie ausrechnet, ganz einfach. Das nächste, zu was ich kommen will, ist den Stop-Loss-Nachziehen. Stop-Loss-Nachziehen bedeutet, wenn ihr eine Position öffnet, sagen wir mal, wir öffnen, das Ganze mal ein bisschen größer, wir öffnen die Position auf Euro. Ich schreibe hier Überschriftsformat, dass es ein bisschen größer ist. Euro, US-Dollar. Wir gehen rein bei 1,23. 1,23, 0,0. Okay, das ist unser Entry. So, der Take-Profit, wir sagen, es ist ein Sell, okay. Sell, Take-Profit, 1 ist bei, natürlich runter, also es ist ja ein Sell, wir verkaufen ja, so heißt, dass die Währung fällt, fällt. Also haben wir dann bei 1, sagen wir 1,1, oder sagen wir 1,2, 0,0, 0. Okay, das ist unser Take-Profit. Ganz, ganz einfach, 1,2, 0,0, 0. Okay, ganz easy. So, 1,2, 0,0, jetzt haben wir es. Perfekt. Take-Profit 2 können wir auch noch machen. Das ist normalerweise zum Beispiel bei Karim oft so, dass mehrere Take-Profits angegeben werden. Sagen wir das bei 1,1, 9, 0. Okay, also ein paar Pips Unterschied, 10 Pips in dem Beispiel jetzt. Und jetzt seht ihr zum Beispiel, es ist ein Sell. Take-Profit ist bei 1,2, 0,0. Also wir setzen da auch, dass der Kurs fällt. Und der Stop-Loss ist jetzt zum Beispiel bei 1,2, 3, 3, oder sagen wir 3, 3, 0. Okay, also 30 Pips, 30 Pips Stop-Loss. So, was ihr jetzt macht, okay, und zwar, wenn der Trade im Plus ist, okay, und nicht mit 1 Cent im Plus oder 2 Cent, sondern gut im Plus ist. Und dann könnt ihr vergleichen, wenn der Kurs jetzt zum Beispiel, Kurs steht jetzt bei, also wir haben gekauft bei 1, 2, 3, 0, 0. Es ist ein Sell, unser Take-Profit ist bei 1, 2, 0, 0. Und wir sagen mal, der Trade ist jetzt gerade bei 1, 2, 0. Okay, also heißt, wir haben jetzt schon mal 100 Pips einfach als Beispiel sozusagen, beziehungsweise in dem Fall sind sie jetzt, warte, von 100, 1, 2, 3 auf 1, 2 ist jetzt in dem Beispiel 1, 2, voilà. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, ich erkläre es gleich nochmal ein bisschen einfacher, ohne mit den Pips und den Loss. Einfach kurz für die, die jetzt ein bisschen fortgeschritten sind, dass sie das verstehen. Kurs steht jetzt bei 1, 2, 2, 0. Okay, also heißt, wir sind jetzt schon gut im Profit. So, was wir jetzt machen, ist ganz einfach. Und zwar, wir setzen den Stop-Loss, wir ziehen den nach, okay, wir setzen unseren Stop-Loss auf den Entry. Okay, unser damaliger Stop-Loss war hier bei 1, 2, 3, 3, 0. Okay, was wir jetzt machen, ist, wenn wir gut im Plus sind, wir nehmen den Stop-Loss, den da hier, löschen den raus und setzen unseren Entry als Stop-Loss. Okay, sobald der Trade gut im Plus ist, nehmen wir den alten Stop-Loss, löschen den raus, nehmen unseren Entry-Price und den Entry-Price findet ihr immer, wenn ihr eine Währung aufgemacht habt, unten. Okay, unten drunter, dann ist so ein Pfeil und der Pfeil zeigt dann, wie der Kurs jetzt aussieht. Und was ihr macht, Stop-Loss, rauslöschen den alten und ihr nehmt den Entry-Punkt. Bedeutet jetzt, wenn der Kurs wieder zurückfallen sollte, wenn es einen Pullback gibt, dann habt ihr einen risikofreien Trade. Bedeutet einfach, wenn ihr jetzt, der Pullback kommt, der Trade in die andere Richtung, in die falsche Richtung wieder ausbricht, obwohl er ein Plus war, also wieder in die Gegenrichtung geht, also wieder hoch geht in unserem Beispiel, dann geht er bei 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 0, 0 raus. Das war der Punkt, wo ihr eingestiegen seid. Ganz einfach. Zu dem Punkt, wo ihr eingestiegen seid, geht ihr automatisch wieder raus und ihr habt null gemacht, null. Also ihr habt einen risikofreien Trade gehabt. Was jetzt passiert, das ist natürlich der beste Fall und der positive Effekt davon, wenn der Trade jetzt immer weiter ins Plus geht, dann könnt ihr immer weiter ins Plus gehen mit dem, okay, vielleicht auch mal den Take-Profit 1 rausmachen und mal warten, ob er noch in Take-Profit 2 läuft, ob er in diese Richtung geht und dann mit sehr viel Profit schließen. Was ihr dann auch immer machen könnt, ihr könnt den Stop-Loss immer weiter nachziehen, okay. Zum Beispiel, wenn der Take-Profit 1 gehittet ist und er ist kurz vom Take-Profit 2, dann nehme ich den Stop-Loss, lösche ihn wieder raus und mache den Stop-Loss vom Take-Profit 1 rein. Bedeutet, wenn der jetzt zurückzieht, der Markt, dann habe ich trotzdem den Take-Profit 1 gesichert. Okay, und habe trotzdem verdammt viel Pips und Geld gemacht. Also ganz, ganz simpel. Ich würde einfach mal ganz kurz bitten, weil ich jetzt, wie gesagt, selber ein bisschen verkommen bin, bei dem Beispiel, dass er einfach mal kurz den Chat schreibt, ob das soweit jeder verstanden hat oder ob es komplett unverständlich war. Jetzt erkläre ich das einfach nur mal in einem ganz einfachen Beispiel. Okay, kommt nichts, oder? Jeder verstanden soweit? Nicken. Verständlich, okay, perfekt erklärt, sehr gut, danke. Es ist nicht immer ganz einfach mit den Lots und Pips, wie gesagt, ich verkomme da selber auch noch, deswegen nutzt einfach diese Tools, dafür sind die ja da, das nimmt uns ja die ganze Arbeit weg. Perfekt, also wie gesagt, Stop-Loss nachziehen, damit könnt ihr eure Profite sichern. So, das nächste, unser Meeting läuft in 8 Minuten ab, deswegen ziehen wir gerade mal durch, machen noch das nächste, was ich hier aufmachen will. Zwar noch eine kleine Grafik, machen wir das Ganze, genau, das können wir hier wieder auslöschen. Stop-Loss nachziehen, mehrere Trades auf eine Währungspaar aufmachen, beziehungsweise setzen, ist auch eine ganz wichtige Sache. Oder das falsche, wo haben wir es? Genau, perfekt. Ich hoffe, ihr seht die Grafik, Bildschirm ist geteilt, oder? Perfekt. Genau, also how to open multiple positions of the same trade. Das habe ich zum Beispiel jetzt aus der IML Academy. Highly recommended, zieht euch diese IML Academy rein, da lernt ihr echt alles, alles. Also ich habe da auch alles drüber gelernt. Ich habe mir die Academy einfach reingezogen und deswegen weiß ich den ganzen Scheiß, den ich euch gerade erzähle. Und macht die Academy auch öfters durch, dann seid ihr auch sicherer und dann passiert euch sowas wie jetzt gerade bei mir nicht zum Beispiel. Wir sind immer Schüler, also zieht euch das Ganze immer rein. So, was ich jetzt auch oft gesehen habe, ist, dass zum Beispiel Karem oder Swipe Trades gibt ein Signal und da steht jetzt Take Profit 1, 2 und 3. So, was jetzt viele Leute machen, die benutzen jetzt ihre Lot Size, alles gut, die benutzen ihre 0,03 Lot Size, die wir jetzt vorhin im Beispiel hatten bei dem 500er Konto, öffnen jetzt aber drei Trades auf Euro-US-Dollar mit 0,03, 0,03 und 0,03. So, wer jetzt rechnen kann, der weiß, dass wir jetzt eine Position insgesamt auf Euro-US-Dollar offen haben mit 0,09 Lot. Okay, also heißt, wir haben das Risiko verdreifacht, weil die Leute das Risiko beibehalten haben. Wir haben dreimal eine Position auf das gleiche Währungspaar gesetzt, aber mit dreimal der gleichen Lot Size. Also sind wir jetzt mit 0,09 drin auf ein Währungspaar. Weil ist ja klar, wenn einmal Euro-US-Dollar in Stop-Loss rast, dann rasen die anderen zwei natürlich mit. Ist ja klar, ist ja alles ein Währungspaar. So, was ihr jetzt machen müsst, ist, ihr müsst euer Stop-Loss, beziehungsweise, sorry, ihr müsst euer Risikomanagement, also eure Lot Size in dem Fall anpassen. Okay, das ist eigentlich ein richtig geiles Beispiel, das passt perfekt zu dem Beispiel vorhin von uns. Wir haben drei Trades Euro-US-Dollar, öffnen wir mit einem Prozent. Also heißt einfach, wir nehmen unsere alte Lot Size 0,03, teilen sie durch drei, weil wir drei Optionen, dreimal den Markt gehen auf dieses Währungspaar, also drei Trades auf dieses Währungspaar öffnen, teilen jetzt also unsere alte Lot Size durch drei. Und was bekommen wir raus? Eins. Heißt, wir gehen jetzt in jeden Trade mit 0,01 Lot rein. Und insgesamt in der Summe gibt es wieder was? Genau, 0,03 Lot, also drei Prozent. Ganz einfach, das müsst ihr machen. Weil ist ja klar, wenn ihr das Risikomanagement nicht anpasst, dann habt ihr eine viel zu hohe Lot Size auf ein einziges Währungspaar. Und was ihr jetzt machen könnt, ihr habt jetzt hier zum Beispiel drei Währungspaare, dreimal sozusagen drei Positionen offen auf Euro-US-Dollar. Und jetzt zum Beispiel das erste Euro-US-Dollar ist zum Beispiel Take Profit 1. Zweites Euro-US-Dollar-Position ist Take Profit 2. Und dritte ist Euro-US-Dollar wieder mit Take Profit 3. Also habt ihr jetzt drei Positionen offen mit drei verschiedenen Take Profits. Und das ist gut, weil dann habt ihr Teilgewinne. Wenn der Euro-US-Dollar jetzt runtergeht, zum Beispiel, geht ihr durch den Take Profit 1 perfekt. Take Profit 2 perfekt. Take Profit 3 nicht unbedingt. Kurz davor kann man schließen. So, und jetzt habt ihr drei Trades gesetzt mit insgesamt 0,03 Lot Size, was eurem Risikomanagement von drei Prozent entspricht und das passt perfekt. Und das ist eben Bad Risk Management. Das wäre jetzt zum Beispiel auf der anderen Seite das Beispiel. Euro-US-Dollar drei Prozent, Euro-US-Dollar drei Prozent, Euro-US-Dollar drei Prozent. Insgesamt kommen wir auf neun Prozent und das ist ja schon viel, viel zu hoch. Ich habe vorhin gesagt, maximal vier Prozent. Drei Prozent ist perfekt. Und das ist einfach die Sache, ganz einfach. Okay, also einfach die Lot Size, die ihr jetzt habt, ausgerechnet habt, durch die Anzahl der Trails, der Positionen, teilen, die ihr öffnen wollt, die ihr machen wollt. Ganz easy. Soweit auch jeder verstanden? Mal kurz nicken. Ist, glaube ich, ziemlich einfach. Man muss es einfach mal nur gehört haben. Ich saß vor der Academy auch, lag im Bett und dachte mir so, okay, krass, das ist eigentlich voll simpel. Ich habe es nie gecheckt, ich habe es nie gemacht. Und es sind eigentlich ganz simple Sachen, die man einfach für sich behalten muss. Da schreibt gerade jemand den Chat. Ja, ja, jup, jup, verständlich, perfekt. So, dann das letzte Loch, auf was ich eingehen will. Und zwar bezieht sich das jetzt eben auf die Updates. Okay. Also ich weiß, dass bei Swipe Trades gerade kommen ja öfters Updates rein. Genauso wie bei Karim, bei der IML TV Trading Gruppe, bei Blue Signals, bei was auch immer, welchen Trading Gruppen ihr folgt oder was mit iMarket Life zu tun habt. Aber manchmal sogar auch beim Harmonic Scanner kommen Updates. Trades Updates. Okay, bedeutet einfach, es hat sich irgendwas am Markt verändert. Irgendwas ist anders geworden, man muss irgendwas nachziehen, man muss den Take Profit ändern, man muss die Position schließen. Beachtet diese Updates bitte, die sind ja nicht zum Spaß da. Okay. Wischt da nicht einfach weg auf Swipe Trades und sagt, okay, scheißegal, das wird schon laufen. Nein, das ist wichtig. Weil oft kommen zum Beispiel Marktsituationen, in denen, weiß nicht, irgendeine Nachricht gedroppt ist. Irgendwas in der Politik sich drastisch verändert hat. Und dann ändert sich natürlich auf einmal schlagartig alles. Okay. Und dann müsst ihr einfach die Updates beachten. Also den Take Profit nachziehen, die Position schließen. Zum Beispiel Pending Orders. Also Buy Limits, Sell Limits und so weiter. Oder Buy Stop, Sell Stop. Solche Orders, die ja noch nicht im Markt sind, das sind ja Pending Orders, schließen. Weil nicht, dass sie irgendwie ausgelöst werden unter einer Kondition, wo der Markt schon gar nicht mehr ist. Oder zum Beispiel, ihr macht ein Sell Limit. Am Montag auf und nächste Woche, am Dienstag geht der los. Und der Markt hat nichts mehr damit zu tun, was er vor einer Woche gemacht hat. So. Und dann ist ja klar, dass der ins Minus geht. Also achtet auch eben auf diese Updates. So. Dadurch, dass wir jetzt noch genau drei Minuten haben, werde ich den Call jetzt einfach auslaufen lassen. Und einfach mal kurz meine Bildschirmteilung aufheben. Und einfach mal jetzt den Chat freilassen. Beziehungsweise ballert mal bitte alle eine Eins rein, wenn ihr bis jetzt alles verstanden habt, was bis jetzt dran kam. Und wenn euch das Ganze ein bisschen was gebracht hat. Einfach mal reinballern, dass ich sehe, dass overall die meistens verstanden haben. Und ich nicht gegen die Wand geredet habe. Okay, perfekt. Sehr gut. Dann warten wir jetzt noch kurz, bis es ausklingt. Und dann könnt ihr gerne eure Fragen reinstellen. Bitte jetzt nicht zu tief in die Materie rein. Wenn es zu tief geht und ihr wisst selber, dann fragt mich einfach direkt. Macht mir eine Sprachmemo. Ich werde die im Laufe des Abends natürlich beantworten. Also ballert raus. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, jetzt ist Zeit dafür. Schreibt es rein. Fragt mich. WhatsApp, was auch immer. Gar kein Stress. Das ist halt ganz, ganz wichtig. Ihr müsst unbedingt, unbedingt euren Leuten im Team als Leader, als Sponsoren, müsst ihr den Leuten das Risikomanagement beibringen. Weil unsere Produkte machen Geld. Die Statistik passt. Overall machen wir Geld. Die Frage ist nur, benutzt du das richtige Risikomanagement oder nicht? Weil wenn du das nicht machst, dann bist du halt egal, wie gut die Signale gibt, sind. Das ist nämlich egal, wie gut die sind. Ihr werdet trotzdem Outperformer sein. Ihr werdet trotzdem abkacken. Wie gesagt, 80% Psychologie und da steckt halt die Gier, Gier ganz, ganz, ganz vorne. Und das müsst ihr einfach unter Kontrolle bekommen. Das hat bei mir auch ein paar Monate gebraucht, aber das bekommt ihr hin. Ne, man kann das nicht ganz so verallgemeinern. Benutzt das Tool, wo ich gerade gesagt habe, das MyFXBook. Geh da rein und rechne dir für den Trade immer die Lot-Size raus. Das, was ich jetzt gerade gesagt habe mit den mehreren, mit den multiplen Positionen auf ein Trade, bedeutet einfach, dass wenn du drei Trades setzt, dass du die Lot-Size durch drei teilst. Und dann mit der Lot-Size, die dann rauskommt, also 0,01, damit dann reingehst. Genau, in dem Beispiel, jetzt so wie du es geschrieben hast, in dem Beispiel, wie wir gemacht haben, passt es perfekt. Also du würdest jetzt mit 0,01 in alle drei reingehen. In der Summe gibt es 0,03, also hast du ein altes Risikomanagement wieder. Aber das müsst ihr natürlich immer anpassen. Es kommt immer darauf an, wie viel habt ihr auf dem Konto? Wo ist der Stop-Loss? Wenn ihr keinen Stop-Loss habt, dann rechnet mit dem durchschnittlichen Stop-Loss von 40 Pips. Lieber geht ihr ein bisschen runter mit dem Risiko, als dass es nachher zu hoch ist. Und wer bleibt so bei den zwei, drei Prozent? Niemals, niemals höher als fünf. Also fünf ist schon die äußerste Grenze. Und ich sehe es einfach jetzt rein aus Erfahrung. Und seit der Zeit, in der Zeit, wo ich dabei bin, sind ja jetzt ein paar Monate, habe ich einfach gesehen, dass die Leute, die halt raus sind, beziehungsweise kein Geld machen, ist einfach aus dem Grund, weil sie kein Risikomanagement haben. Zu 90 Prozent, wenn die Leute in den Revolutions-Chat schreiben, die Produkte funktionieren nicht, dann sage ich einfach, schick mir die Historie und dann schreibe ich schon automatisch runter, Lot-Size, Lot-Size, Lot-Size. Es ist immer das Gleiche. Achtet da einfach drauf. Wenn die Lot-Size nicht angepasst wird, dann seid ihr echt am Arsch. Perfekt. Also der Call läuft aus, bevor ich jetzt einfach abgehackt werde. Bedanke ich mich auf jeden Fall, wie gesagt, don't hesitate to contact me. Also schreibt mir einfach, wenn ihr mich braucht. Gerade was das Risikomanagement angeht. Wenn ihr keinen Plan habt, lieber fragt ihr.